In PowerPoint gibt es eine richtig coole Funktion, die viele gar nicht kennen. Man kann eine Präsentation direkt als Video abspeichern. Egal, ob es dabei um eine vertonte Präsentation für eine interne Schulung geht, oder ein Erklärvideo für YouTube, oder eine digitale Diashow für die Familienfeier. Die Funktion ist einfach mega. Und wie das genau geht, zeigen wir dir in diesem Video. Wir veröffentlichen jede Woche ein Video, wie du im Büro richtig viel Zeit sparen kannst. Wenn dich die besten Tipps und Tricks zu Microsoft Office interessieren, dann abonniere gerne unseren Kanal, um ab jetzt kein spannendes Video mehr zu verpassen. Also, ich bin jetzt in einer Präsentation mit sechs Folien. Und wenn ich diese PowerPoint-Präsentation als Video speichern möchte, klicke ich auf Datei, dann in der linken Spalte auf Exportieren und dann auf Video erstellen. Hier kann ich nun die Qualität des Videos festlegen. Da gibt es Ultra-HD, Full-HD, HD und Standard. Und umso höher die Auflösung, umso größer nachher auch die Datei. Da kann man einfach etwas experimentieren. Das Erstellen eines Videos dauert nicht lange. Und man bekommt also gleich ein Ergebnis und kann dann einfach für sich so ein bisschen die optimale Kombination aus Dateigröße und aus Auflösung herausfinden. Ich wähle mal hier Full-HD. Im einfachsten Fall kann ich jetzt noch die Anzeigendauer der einzelnen Folien hier festlegen. Das ist jetzt auf fünf Sekunden festgelegt. Also, das heißt, jede Folie wurde im Video fünf Sekunden eingeblendet. Das könnte ich jetzt natürlich noch erhöhen oder auch verringern. Und ich lasse mal die fünf Sekunden. Wenn ich jetzt auf Video erstellen klicke, kann ich den Speicherort festlegen, den Dateiname und auch den Dateityp. Es ist MP4 und WMV möglich und über Speichern würde ich jetzt das Video erstellen. Das möchte ich jetzt aber noch nicht. Ich gehe noch mal einen Schritt zurück, noch mal ins Menü, Datei, Exportieren, Video erstellen, weil ich zuerst noch etwas anderes zeigen möchte. Wenn ich das möchte, kann ich meine Folien noch individuell kommentieren. Mit Sprache, Video und Stiften. Dazu klicke ich hier auf Zeitabläufe und Kommentare. Da ist aktuell ausgewählt nicht verwenden, weil es auch gar keine gibt. Ich klicke hier drauf und sage erst mal Zeitabläufe und Kommentare aufzeichnen. Und komme hier in den sogenannten Aufnahmemodus. Jetzt kann ich Kommentare zur ganzen Präsentation aufnehmen oder auch nur zu einzelnen Folien. Dazu klicke ich hier oben links auf Aufzeichnen. Jetzt kommt ein Countdown, der von 3 auf 0 herunterzählt. Und jetzt beginnt er eben aufzunehmen alles, was ich sage. Die Sprache, wir sehen hier unten, er zeichnet das Mikrofon auf, er zeichnet die Kamera auf. Ich kann hier die Kameravorschau, die hier unten in die Folie eingeblendet wird, auch deaktivieren. Ich lasse sie aber mal hier. Das finde ich ganz spannend. Und jetzt wird eben der ganze Ton mit aufgezeichnet. Ich kann hier über die Pfeile links und rechts auch zur nächsten Folie wechseln. Und dann wird eben der Kommentar zu dieser Folie aufgezeichnet oder zur Folie 3. Und habe auch die Möglichkeit hier mit einem Laserpointer zu arbeiten. Den wähle ich hier unten unterhalb der Folie aus. Und kann dann einfach Dinge hier auf der Folie mit dem Laserpointer zeigen. Kann aber auch genauso hier einen Stift auswählen. Und dann entsprechend eine Farbe, zum Beispiel mal hier die Grün. Und kann dann einzelne Dinge auf der Folie markieren, zum Beispiel. Kann auch hier einen Textmarker auswählen, zum Beispiel mit der Farbe Gelb. Und den Textmarker verwenden, so wie man das in einer Präsentation eben kennt. Und das wird auch dann entsprechend aufgezeichnet. Ich kann auch jederzeit hier die Aufnahme beenden. Könnte das jetzt nochmal anschauen, wiedergeben. Kann auch hier einzelne Folien oder auch Aufnahme aller Folien löschen. Kann aber auch jetzt sagen, ich nehme eben nur Kommentare zu ausgewählten Folien auf, nicht zu allen. Und mache eine Aufzeichnung jetzt hier noch ergänzend zu dieser Folie hier. Gut. Das war's. Nachdem ich jetzt gar nichts mehr aufnehme, nimmt er auch nicht mehr auf. Und ich kann jetzt über Escape zum Beispiel den Aufnahmemodus hier verlassen. Bin würde hier im Exportieren Menü, würde jetzt hier auch auswählen, dass er die Zeitabläufe im Kommentar, die ich aufgenommen habe, doch verwenden soll. Und kann jetzt entsprechend sagen, Video erstellen. Also, wir haben die Auflösung festgelegt, Full HD. Wir haben gesagt, er soll die Zeitabläufe im Kommentar, die wir gerade eben gesprochen haben, verwenden. Und alle restlichen Folien, zu denen wir keinen Kommentar eingesprochen haben, die wurden einfach mit 5 Sekunden Anzeigendauer in das Video eingebunden. Ich klicke auf Video erstellen. Teilnahme passt. Speichert Desktop. MPEG 4 passt und wir speichern. Das Video wird nun erstellt. Das Speichern des Videos kann jetzt je nach Anzahl der Folien und der gewählten Auflösung etwas dauern. In der unteren Zeile hier kann man sehen, den Fortschritt speichern. Das Video Teams for Business.mp4 wird erstellt. Und man kann sehen, wie der Fortschritt in dem Erstellprozess hier ist und wie lange es noch dauert, das Video zu erstellen. Nach ungefähr 30 Sekunden ist das Video fertig erstellt. Es wurde hier auf dem Desktop abgespeichert. Ich kann es mal öffnen. Und wir sehen das Ergebnis hier. Und jetzt beginnt er eben aufzunehmen. Alles was ich sage, die Sprache. Wir sehen hier unten. Ich spule mal etwas vor. Jetzt wird eben der ganze Ton mit aufgezeigt. Wir sehen genau das, was vorher aufgenommen wurde. Der Laserpointer. Ich kann aber auch genauso hier einen Stift auswählen. Und dann entsprechend eine Farbe. Die Stifte. Die Kamera. Und kann dann einzelne Dinge auf der Folie markieren. Zum Beispiel kann ich auch hier einen Textmarker auswählen. Zum Beispiel mit der Farbe Gelb. Und den Textmarker. Ich kann auch jederzeit hier die Aufnahme... Aufnahme. Und die restlichen Folien werden, weil es keine Aufnahme gibt, jetzt eben immer mit 5 Sekunden noch eingeblendet. Auf 0 herunterzählt. So. Da fängt es von vorne an, weil ich so eine Endlos-Wideegabe habe. Aber wir sehen, das Video wurde erstellt, so wie wir es uns vorgestellt haben, wie wir es erwartet haben. Und von der Dateigröße, wir haben HD ausgewählt, haben wir hier eine Dateigröße von 24 Megabyte. Das finde ich sehr, sehr in Ordnung. Ich hoffe, das war eine interessante Funktion für PowerPoint. Vielleicht, die Sie noch nicht gekannt haben. Ich finde die Funktion mega. Aus einer Präsentation ein Video zu erstellen mit eigenen Kommentaren, mit Video, mit Stift und allem, was dazugehört. Das kann richtig helfen, wenn ich etwas vorbereiten will und dann in Social Media verwenden möchte, als Präsentation abspielen möchte, sei es im betrieblichen oder privaten Kontext. Richtig, richtig cool. Mir macht Spaß. Und ich wünsche euch viel Spaß auch beim Ausprobieren.